Ein ganz, ganz großes österreichisches Immobilienunternehmen, das einfach in Probleme jetzt auch deshalb vermutlich geraten ist, weil wir ja alle kennen einen Namen René Benko. Er hat versucht, einen Teil der Allianz Hauptverwaltung in München unter Föhring zu kaufen. 95 Millionen hätte das Gebäude kosten sollen und ja, dieser Deal ist geplatzt. Wir reden wahrscheinlich von 20.000, 25.000 Anlegern insgesamt, die hier betroffen sind. Hallo zusammen, hier der Videokanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, heute zu einem Thema One Group Pro Real Serie, Deutschland, Europa, Soravia, Investment Holding GmbH und mit uns dabei Stefan Leupfinger aus Rosenheim. Hallo Stefan. Hallo Marc, grüß dich. Wir haben Stefan heute mit dabei, denn Stefan ist seit über 30 Jahren selbstständiger, unabhängiger Finanzjournalist und betreibt die Webseiten Investmentcheck.de und Investmentcheck.community. Geht in die Shownotes, dort die Links zu diesen zwei sehr, sehr lesenswerten Webseiten und Stefan ist einer der großen, großen Kenner des sogenannten grauen Kapitalmarkts. Stefan, vielen Dank, dass du heute Zeit hast. Ja, sehr gerne. Schieß los. Stefan, wir wollen reden über die One Group, die Anleihen rausgegeben hat, damit man sich beteiligen kann an deren Immobilieninvestments. Die Anleihen laufen unter dem Obergriff Pro Real Serie Deutschland, Pro Real Serie Europa und die Mutter der One Group ist die Soravia Investment Holding GmbH aus Österreich. Und da gab es jetzt Nachrichten übers neue Jahr. Stefan, was ist passiert und warum hat uns das zu interessieren? Alles klar. Also was passiert ist, kann man relativ einfach zusammenfassen. Die Nachrangdarlehen, die diese Gruppe begeben hat, im Volumen von gut 400 Millionen Euro. So hat ein ganz schöner Betrag, der da zusammengekommen ist und die zahlen die Zinsen nicht. Wie viele Anleger betroffen ungefähr? Es sind mehrere tausend Anleger betroffen. Ziemlich genau bei diesen Produkten sind es 11.000. Es kommen aber noch weitere Produkte hinzu. Da kennt man die Anlegerzahlen nicht so ganz genau. Also wir reden wahrscheinlich von 20.000, 25.000 Anlegern insgesamt, die hier betroffen sind. Das ist aber ein großes Ding dann. Also 20.000 bis 25.000 Anleger über 400 Millionen, das ist eine der großen Geschichten in Deutschland. Ja, absolut. Und die 400 Millionen betreffen nur diese Nachrangdarlehen, die jetzt Zinsen nicht zahlen. Es gibt ja noch ein paar hundert Millionen in anderen Produkten, die die Zinsen noch bezahlt haben. Wobei auch da gibt es unterschiedliche Konstellationen, die manche Produkte zahlen die Zinsen noch. Manche Produkte zahlen etwas verspätet. Manche Produkte, die ganz großen eben, die zahlen jetzt ein Vierteljahr nicht. Man will also im April dann die Zinszahlung nachholen. Ja, also es ist wichtig, dass wir uns das anschauen, denn es hat hohe Relevanz. Was ist im Einzelnen passiert? Es gibt unterschiedliche Emittenten, unterschiedliche Emissionen, unterschiedliche Tranchen. Können Sie das ein bisschen für uns auftuseln? Ja, also ganz groß betroffen sind sozusagen die Emissionen Nummer 7, 8, 9 und 10. Die heißen Pro Real Deutschland 7 und 8 und die anderen zwei heißen Pro Real Europa 9 und 10. Und diese vier Produkte haben, wie gesagt, keine Zinsen bezahlt, weil sie das Geld, das sie eingesammelt haben bei Anlegern, das haben sie weitergegeben an Soravia-Tochtergesellschaften, die als zwei Beteiligungsgesellschaften sozusagen, das Geld dann wiederum weitergegeben haben an verschiedene Projektentwicklungsgesellschaften. Wo also dann dort tatsächlich die Immobilien drin sind, die entwickelt werden sollten, die dann aus der Entwicklung heraus Gewinne produzieren sollten. Die Gewinne sollten wieder zurückfließen an diese Soravia-Zwischengesellschaften und von dort dann eben wieder zurückfließen an die Emittentengesellschaften, die also die Schuldner der Anleger sind. Und die also jetzt die Zinsen nicht bezahlen können, weil sie das Geld von den Soravia-Zwischengesellschaften, das sie bräuchten, um die Zinsen bezahlen zu können, nicht bekommen haben. Mit den Geldern wurden in Immobilienprojekte investiert. Die Soravia, großes österreichisches Unternehmen aus Kärnten, auch mal Strabag vor vielen Jahren, ging aus der Soravia hervor. Das heißt, das ist nicht irgendwas Kleines, sondern wir hatten es im Anderen schon gesagt. Ja, die haben 1,4 Milliarden Bilanzsumme Ende 2022 gehabt. Also wir reden hier schon von einem Riesenunternehmen. Ich weiß jetzt mal, ich glaube, 145 Jahre Unternehmenshistorie, irgendwas in dieser Größenordnung. Also wir reden schon wirklich ein ganz, ganz großes österreichisches Immobilienunternehmen, das einfach in Probleme jetzt auch deshalb vermutlich geraten ist, weil wir ja alle kennen einen Namen René Benko, der auch in Deutschland sehr, sehr bekannt und berühmt und berüchtigt, hätte ich schon fast gesagt, wurde, weil er einfach mit Kaufhof, Galeria Karstadt und so weiter ja auch schon öfters in den Schlagzeilen war und jetzt eben mit seiner Signagruppe im Grunde eine Pleite nach der anderen hinlegt. Also der Konzern zerfällt gerade in seine Bestandteile und deshalb wird in Österreich auch nun von Banken das ganze Thema Immobilieninvestments etwas kritischer gesehen. Das heißt, die Banken schauen genauer hin jetzt und wollen das auch bei der Soravia offensichtlich verlängert. Genau. Es gibt da eine Geschichte, so eine Anekdote am Rande, die vielleicht auch mit ein bisschen ursächlich oder zumindest mitursächlich sein könnte für die Probleme. Man hat versucht, einen Teil der Allianz Hauptverwaltung in München unter Föhring zu kaufen. Ein riesen Immobilienentwicklungsprojekt, was man da anpacken wollte. 95 Millionen hätte das Gebäude kosten sollen, das man dann entwickeln wollte, das früher mal ein Rechenzentrum war, jetzt eben anders zu nutzen wäre zukünftig. Und ja, dieser Deal ist geplatzt. Was zur Folge hat, dass die Soravia-Gesellschaft, die diese Immobilie kaufen wollte, eine riesige Vertragsstrafe zahlen muss, 18,3 Millionen. Und das ist natürlich kein Kleingeld. Und vor allem auch die Tatsache, dass ein Immobiliendeal erstmal so nicht stattfindet und man jetzt da irgendwie versucht, noch über irgendeine Verhandlungslösung irgendeine einvernehmliche Lösung zu finden, ist natürlich schon auch ein Signal. Und das kommt, wie man hört, daher, weil das Bankenkonsortium, was den Deal finanzieren hätte sollen, auch den Stecker gezogen hat. Den Stecker gezogen hat. Das heißt, FREP-Kapital wird knapp. Wir alle wissen, Immobilienmarkt im Moment ohnehin schwierig. Steigende Produktionskosten, steigende Zinskosten und dann noch hinzu Österreich. Die Banken schauen näher hin aufgrund von Benko-Signer-Erfahrung. Das alles bringt die Soravia und die OneCoop jetzt in Schwierigkeiten. Das heißt, Zinszahlung erstmal ausgesetzt für ein halbes Jahr. Und die Frage, die sich die Anleger stellen, was können Sie machen? Für ein Vierteljahr. Die einen Zinsen, wie gesagt, von den großen Produkten, sollen im April nachgezahlt werden, hätten im Januar bezahlt werden sollen. Also Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber damit wir hier korrekt bleiben. Nicht, dass die noch näher uns schimpfen, dass wir hier bei dem Bus erzählt haben, was nicht der Wahrheit entspricht. Das wollen wir nicht. Vierteljahr. Und die Frage ist, was können Anleger jetzt machen? Erstmal diese Zinsaussetzung. Da ist unsere Einschätzung, gegen die können Anleger erstmal nichts machen. Aber es wäre sinnvoll, wenn Anleger sich zusammenschließen. Wir haben als SDK die Anleger aufgefordert, unsere Interessengemeinschaft beizutreten. Wir als SDK haben eine Interessengemeinschaft gegründet. Wir freuen uns sehr, Stefan, dass du uns da auch mit deinem Know-how und deinem Input unterstützt. Und mit dieser Interessengruppe werden wir dann bei der Soravia, auf die sind wir zugegangen und haben der Soravia auch geschrieben, hallo, man muss sich hier austauschen, Transparenz herstellen, kommunizieren. Wie geht das weiter? Das ist genau das richtige Schlagwort. Transparenz herstellen. In Krisensituationen ist es für Anleger immer ganz, ganz entscheidend, informiert zu sein, informiert zu bleiben. Und da hilft jede Information weiter. Also so eine Informationsgemeinschaft, die dann eben auch Newsletter-mäßig informiert. Mein Anlegerforum oder mein Blog auch, Investmentcheck, kann da auch weiterhelfen. Auch ansonsten im Internet ab und zu mal googeln, was gibt es Neues in dem Bereich, ist sicherlich hilfreich. Denn eins ist klar, da ist eine Krise, die ist enorm, die kann dramatische Auswirkungen haben. Vielleicht gelingt es auch, das wäre positiv, kann man ja nicht ausschließen, wollen wir auch nicht ausschließen, wollen wir sogar hoffen, dass das alles gut ausgeht am Ende und dass die die Kurve noch kriegen und das irgendwie finanziert kriegen und durchkriegen. Aber die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass das nicht gelingt. Und wie gesagt, deswegen Information ist momentan das Allerwichtigste für Anleger. Das Allerwichtigste. Deswegen, unser Appell an Sie als Anleger, an euch als Anleger, tretet der Interessengemeinschaft der SDK bei, ist kostenfrei. Link hier, informiert euch auf den Webseiten von Stefan Leupfinger, investmentcheck.de und investmentcheckcommunity. Wir als SDK werden auch die Informationen nach außen tragen, werden weiterhin mit Pressemitteilungen, Interviews und in den nächsten Tagen auch dann mit Beiträgen, Zitaten in Wirtschaftswoche, Handelsblatt, Börsenzeitung, wie sie alle heißen, hoffentlich in Erscheinung treten und damit die Anleger weiter informiert bleiben. Stefan, ich glaube, wir belassen es hierbei, weil das meiste ist ja zum Nachlesen vorhanden bei dir und bei uns. Und es ist, glaube ich, einfacher, wenn es die Leute vor Augen haben, als wenn wir hier die einzelnen Zahlen runterrattern und die einzelnen Emittenten mit ihren Namen nochmal hier immer wiederholen. Das heißt, nehmt euch die Papierversion unserer Informationen, schaut die an, schaut euch bei Stefan auf den Webseiten Investmentcheck, tretet der Interessengemeinschaft der SDK bei, sodass wir dann bei der Sorabia auf Transparenz und Kooperation pochen können, um dort zusammen dann eine starke Gemeinschaft zu bilden. Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Marc, sehr gerne. Und der Appell immer an alle, liked unser Video, schreibt Kommentare rein, das ist die Währung, in der wir bezahlt werden. Wir werden bezahlt mit Aufmerksamkeit, liked uns, werdet Mitglied bei der SDK, abonniert die Newsletter von Stefan, denn Kapitalanleger, Geldanleger müssen informiert sein. Und Stefan und die SDK, wir bieten Informationen zu sagenhaft günstigen Preisen. günstiger geht's nicht. Also nutzt es, damit ihr hinten raus keine Überraschung mehr erlebt. Danke euch, danke Stefan. Alles klar, wünsche euch was. Danke, Marc. Ciao. Ciao. Ciao.